Vor nicht allzu langer Zeit waren viele Menschen der Meinung, wir wären auf dem besten Weg, das Patriarchat zu überwinden. Aber ich denke, das hat sich als Ehrtum herausgestellt. Es sind ultrakonservative alte Männer, die im Moment die Krisen auf der Welt verursachen. Das heißt, wäre sie nicht viel weiter. In Bezug auf die Nora, die Nora stellt ja nicht nur die Beziehung zu ihrem Mann in Frage, sondern das ganze von Männern geschaffene System mit ihren Regeln, ihren Gesetzen. Und sie sagt ja nicht, ich will dasselbe wie die Männer, sondern sie sagt, an der ganzen Konstruktion ist was falsch. Und das ist ziemlich radikal und ich denke, das macht den Text heute genauso aktuell oder modern wie er damals gewesen ist. Beim Film arbeiten wir darauf hin, eine Szene bestmöglich hinzukriegen und zwar ein einziges Mal. Wenn das passiert, dann haben wir die Szene, dann ist sie im Kasten und wir vergessen sie. Wir sagen dazu im Film, die Szene ist gestorben. Im Theater arbeiten wir ja nicht auf dieses Gestorben hin, sondern da muss das Ganze funktionieren. Und zwar jeden Abend wieder. Und das ist ein ganz anderer Arbeitsprozess. Also von der Dramaturgie her gesehen, psychologisch für die Regie und natürlich auch für die Schauspieler. Dazu kommt, dass ich beim Film viel schneller auf den Punkt kommen muss. Der Geld und Zeitdruck, der ist enorm. Und das heißt, dass ich von Anfang an meine Vision viel präziser formulieren muss. Im Theater kann ich die Dinge eher geschehen lassen. Es ergeben sich Dinge, die nicht gesehen sind. Also der Abend entsteht viel stärker zusammen mit dem Ensemble und das geniesse ich sehr. Das sind diese Momente, wenn plötzlich alles zusammenkommt. Wenn die Zweifel, die Unsicherheiten und die Fragen, die man sich die ganze Zeit gestellt hat, wie weggeblasen sind und es einfach funktioniert. Das hat etwas Magisches an sich. Das passiert natürlich beim Film auch, aber da handelt es sich dann um eine Sequenz oder einen Take von 20 Sekunden oder eine Szene von einer Minute. Beim Theater ist es ein Ablauf eines ganzen Aktes. 30 Minuten. Und wenn das alles passt und zusammenkommt, das sind diese Momente, die sind befreiend und haben wirklich was Magisches an sich. Und ja, das bleibt mir eigentlich am meisten in Erinnerung, weil bei Nora gab es viele solche Momente. Und jetzt tested mal ein bisschen gut.